Ich möchte gerne sagen, Herr Macron, Präsident von Frankreich, ich bin sehr froh, dass Sie gewonnen haben und nicht Lepin, deutlich. Und Sie wollen Frankreich ändern. Da werden wir Sie unterstützen. Aber das kann nicht gehen mit einer Transferunion, das heißt Geld von Deutschland nach Frankreich. Nein, erst sich ändern, modernisieren und dann zusammenarbeiten. Und mit diesem liberalen Erfolg in Deutschland wird das gut gehen. Denn die FDP und die Namensstiftung sind für Europa und für den Bürger, für Erneuerung. Das ist wichtig.